Hey Leute, was geht? Euer Tommy am Start und willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal, wo wir auf den 9. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga eingehen und wir gehen natürlich auch auf den 8. Spieltag ein, wo ich meine Tipps abgegeben habe zum Spieltag und ja, da gucken wir auf jeden Fall jetzt gleich rein und, ne, da gucken wir jetzt auf jeden Fall direkt rein und ich mache euch hier die Grafik rein und wir hatten Länderspielpause, ich habe nicht mehr alle Ergebnisse oder Spiele so richtig im Kopf, deswegen rattern wir die Ergebnisse hier einfach runter. Ihr seht, ich habe von 36 Punkten nur 6 Punkte geholt, ich habe aber auch letzte Woche, kann ich vielleicht hier einmal kurz einblenden, was dazu gesagt, sehr, sehr schwer auf jeden Fall dieser Spieltag zu tippen. Ich, ja, male mir eigentlich hier nicht wirklich viele Punkte aus, deswegen gucken wir einfach mal, was ich schaffe an diesem Spieltag. Ja, mir war es eigentlich schon relativ klar, dass wir da nicht wirklich viele Punkte holen werden an diesem Spieltag, weil es einfach, ja, sehr, sehr schwer war, sehr viele ausgeglichene Teams oder Mannschaften, die in den letzten Wochen nicht so performt haben, dann auf einmal doch gewonnen haben und so weiter. Oder Mannschaften, die eigentlich die Qualität haben zu gewinnen, aber in den letzten Wochen nicht so gut waren, keine Ahnung, da war so viel Schwierigkeiten in den Spielen dabei, deswegen war es auf jeden Fall richtig schwer zu tippen. Ja, und wie gesagt, ich glaube, ich sage gar nichts dazu, ihr seht die Ergebnisse hier alle eingeblendet, die Grafik, ihr seht, ich habe nur 6 Punkte von 36 geholt, ist auf jeden Fall nicht gut. Wir hatten ein knappes Ergebnis mit Köln, da habe ich 2-1 getippt, 2-0 ausgegangen, auch das Paderborn gegen Regensburg-Spiel war noch sehr knapp, da hätte ich vielleicht nochmal zwei extra Pümpchen holen können. Der Rest war dann, ja, eigentlich nicht so gut, also man sieht es ja, Magdeburg gegen Fürth, da kann man vielleicht noch sagen, okay, 2-2 Ergebnis gewesen und ich habe 1-0 auf Magdeburg getippt, da kann man vielleicht dann sagen, okay, das war dann knapp oder Hertha, Schalke war auch knapp, aber ihr seht die Ergebnisse und viel will ich dann auf jeden Fall nicht mehr dazu verlieren und würde sagen, wir gehen direkt in den 9. Spieltag rein. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in den 9. Spieltag rein, wir haben natürlich, Freitag haben wieder 2 Spiele am Start, wir haben Darmstadt gegen Köln und Hertha gegen Braunschweig und wir gehen direkt auf das Spiel ein, Darmstadt gegen Köln. Die Kölner in den letzten Wochen, ja, sieht man ja, Punkteausbeute ist nicht so wirklich gut, aber ich finde die Kölner für mich die beste Mannschaft der 2. Fußball-Bundesliga, ist auf jeden Fall die Mannschaft, die qualitativ am hochwertigsten oder den hochwertigsten Kader hat und auch offensiv sehr, sehr gut ist, vielleicht ist da einfach noch so ein bisschen was in der Defensive, was so ein bisschen fehlt, aber ich sehe die Kölner tatsächlich in den nächsten Wochen relativ gut durchstarten und ich glaube, damit fangen sie jetzt an gegen Darmstadt. Ich glaube, tatsächlich werden auch wieder viele Tore fallen, Darmstadt wird auf jeden Fall ein Tor schießen, sage ich zu Hause, aber wird sich am Ende 3 fangen, deswegen sage ich, Köln gewinnt 3 zu 1 auswärts gegen Darmstadt. Dann haben wir Hertha gegen Braunschweig, so ein bisschen die beiden Niemandsland-Kinder irgendwie der 2. Liga. Hertha eigentlich auch einen relativ guten Kader, einen guten Trainer, kriegen es einfach noch nicht so wirklich umgesetzt, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es um Reze steht, ob der jetzt gerade zurückkommt jetzt nach der Länderpause oder ob das noch ein bisschen dauert, aber ich denke, bei der Hertha wird sich auch demnächst dann so ein bisschen, ja, oder ich hoffe es einfach für die Hertha, dass sich da so ein bisschen was in den Ergebnissen einpendelt, weil die Ergebnisse sehen in den letzten Wochen leider nicht so gut aus und man macht tatsächlich auch nicht so die guten Spiele und gerade zu Hause ist man nicht so gut, da hat man, glaube ich, erst einen Sieg holen können, also auf jeden Fall sehr, sehr schwach und die Braunschweiger kommen vielleicht jetzt mit so ein bisschen Rückenwind durch das 2-0 im Derby gegen Hannover und tatsächlich sehe ich hier auch einen Unentschieden, ich sage, beide Mannschaften trennen sich hier 1 zu 1, weil ich glaube, so richtig Favorit steht bei keinem auf der Fahne, vielleicht so ein bisschen auf der Hertha-Seite, weil sie einfach den besseren Kader haben und zu Hause spielen, aber wie gesagt, zu Hause sind sie auf jeden Fall nicht so gut und wie gesagt, sind so beides die Niemandsland-Kinder irgendwie, also man weiß noch nicht so in welche Richtung es bei beiden Mannschaften geht. Ist Braunschweiger eine Mannschaft, die sich jetzt so die nächsten Wochen irgendwie festigen kann im Mittelfeld oder rutschen sie doch wieder weiter unten rein, so, weil es ja am Anfang auch auf jeden Fall dahin gedeutet hat, beziehungsweise ist es ja immer noch so, aber man konnte sich ja so ein bisschen über den Strich jetzt halten, ist, glaube ich, Tabellen 15. Wie gesagt, keine Ahnung, ich gehe hier einfach mit einem Gefühlstipp, ist auf jeden Fall hier, ja, gefühlt nicht irgendwie, kann ich jetzt nicht sagen, der oder der ist so viel besser, dass ich da auf den Sieg gehen kann, deswegen Unentschieden. Dann haben wir Hannover gegen Schalke und tatsächlich Hannover ist, glaube ich, so mit einer der besten Mannschaften heim. Ich glaube, Hannover ist, glaube ich, die einzige Mannschaft, die noch kein Spiel verloren hat zu Hause. Also Hannover sind sehr stark zu Hause und man sieht ja auch immer so in den Ergebnissen, Hannover gewinnt ein Spiel, Hannover verliert ein Spiel, Hannover gewinnt ein Spiel, Hannover verliert ein Spiel. Das ist natürlich dann auch an diesem Heim auswärts so ein bisschen getaktet, dass die auswärts nicht so gut sind, aber dafür Heim umso besser. Und ja, das glaube ich, werden sie jetzt auch Schalke unter die Nase reiben, beziehungsweise werden sie sich da durchsetzen. Deswegen sage ich, Hannover wird 3 zu 2 gegen Schalke gewinnen. Ich denke, es werden sehr viele Tore fallen. Beide haben auch offensiv so die Qualitäten, gerade die Schalker. Schalke eh so eine kleine Hauruck-Mannschaft, die so, glaube ich, wenn sie dann zurückliegen, so, ja, dieses Malocha-Gehen so und die Fans so ein bisschen zu beeindrucken, dass man da so ein bisschen dann offensiv auf jeden Fall agiert. Deswegen, keine Ahnung, ich gehe hier auf jeden Fall mit vielen Toren. Hannover gewinnt für mich 3 zu 2 gegen Schalke. Haben wir Regensburg gegen Fortuna? Ich sage ehrlich, wenn wir da jetzt am Wochenende auswärts nicht gewinnen gegen Regensburg, dann weiß ich auch nicht, weil Regensburg hat erst ein einziges Tor geschossen in der 2. Liga. Liga ist die Schießbude der Liga, hat, glaube ich, 19 Gegentreffer oder irgendwie sowas kassiert in der 2. Liga. Er konnte bisher erst ein Spiel gewinnen tatsächlich. Das war, glaube ich, irgendwie am zweiten Spieltag auch gegen irgendeinen Aufsteiger gegen Münster oder so. Haben sie, glaube ich, 1 zu 0 gewonnen. Das war, wie gesagt, auch das einzige Tor, was sie geschossen haben. Deswegen gehe ich tatsächlich auch hier mit einem 2 zu 0 Sieg für die Fortuna. Und ich sage, ja, eigentlich führt da kein Weg dran vorbei, da nicht zu gewinnen. Das wäre sehr, sehr bitter, wenn wir jetzt da hinfahren und uns da eine Niederlage abholen. Das wäre, ja, wäre auf jeden Fall sehr, sehr schlecht. Ich gehe hier mit einem 2 zu 0. Ich sage, Fortuna wird das auf jeden Fall souverän machen. Wir sind auf jeden Fall gut unterwegs. Offensive ist gut. Ich glaube, wir sind die zweitbeste Defensive der Liga, glaube ich, erst sieben Gegentore kassiert. Ja, jetzt drei gegen Hamburg. Das war natürlich so ein bisschen, dadurch sind wir nicht mehr die beste Defensive der Liga. Ich glaube, das ist jetzt Hannover. Ja, deswegen einfach 2 zu 0 für die Fortuna. Ich denke, es wird sehr, sehr souverän in Regensburg. Dann haben wir Münster gegen Elversberg. Ich glaube, hier kann ich es kurz machen. Ich finde Münster einfach von der Qualität her nicht so gut, um Elversberg zu schlagen. Elversberg einfach in den letzten Wochen sehr, sehr gut. Auch die verlieren mal ihre Spiele, aber da brauchen wir nicht drüber reden. Elversberg hat jetzt auch nicht den Riesenkader. Dennoch haben sie ein gutes Team und ich glaube, auch auswärts werden sie wieder ein gutes Gesicht zeigen. Und sage, sie gewinnen sogar zu 0, also dass Münster kein Tor zu Hause macht. Ich sage, sie gewinnen 2 zu 0 gegen Münster auswärts. Dann haben wir Lautern gegen Paderborn. Und ja, Paderborn, die letzten Wochen habe ich sie ein bisschen schlecht getippt, beziehungsweise, ja, die sind einfach sehr gut in die Saison reingestartet und ich bin immer so ein bisschen, ja, weil sie auch gegen gute Mannschaften gespielt haben, aber sich da immer wieder durchsetzen konnten, bin ich da einfach, ja, immer gegen Paderborn gewesen oder auf dem Unentschieden getippt oder sonst irgendwas. Deswegen gehe ich hier auf jeden Fall jetzt mit meinen Paderborn an. Ich sage, sie werden auswärts gewinnen. Generell ist so ein bisschen der Spieltag der Auswärtsmannschaften. Ich habe viel auf Auswärtsmannschaften getippt an diesem Spieltag und auch viele Tore. Ich habe eigentlich in den meisten Spielen, ja, mindestens zwei Tore getippt. Ja, das sieht man auf jeden Fall gleich. Ja, und hier tippe ich auch tatsächlich mehr als zwei Tore. Ich sage, Paderborn gewinnt 2 zu 1 gegen Kaiserslautern. Ich glaube, Kaiserslautern keine schlechte Mannschaft, aber aktuell nicht in der Verfassung, um Paderborn zu schlagen. Dann haben wir ein sehr, sehr interessantes Spiel am Sonntag und zwar wieder ein Derby. Letzte Woche Niedersachsen-Derby, jetzt das Franken-Derby und, ja, das Spiel führt gegen Nürnberg. Und ich habe es ja auch schon mal am letzten Wochenende oder am letzten Spieltag gesagt. Ein Derby, das kannst du nicht nach Tabelle, nach besseres Team, nach keiner Ahnung was tippen. Ein Derby ist ein Derby, da wird alles auf Null gesetzt. Da geht es um ganz, ganz andere Dinge, um, ja, Prestige und so weiter. Und man möchte natürlich die Mannschaft sein, die, ja, ein halbes Jahr der anderen Mannschaft sagen kann, ey, wir haben euch vor sechs Monaten oder vor ein paar Monaten haben wir euch da auseinandergenommen. Tatsächlich sind das auch immer sehr, sehr enge Spiele, wobei eigentlich immer ein Sieger hervorgeht. Meistens trennen sich diese Mannschaften im Franken-Derby kaum unentschieden. Es gibt eigentlich fast immer einen Sieger. Und ich gehe tatsächlich hier auch mit einem Heimsieg. Ich glaube, Fürth in den letzten Wochen tatsächlich nicht so gut gewesen. Ich denke aber, sie werden aus der Länderspielpause gut rauskommen. Ich finde Nürnberg, auch wenn sie jetzt gewonnen haben gegen Münster, war es, glaube ich, 3 zu 2, glaube ich nicht, dass da alles so rosig ist und dass man da jetzt, ja, im Franken-Derby was reißen kann. Ich sage, sie verlieren, wie gesagt, 2 zu 2 gegen Fürth und Fürth darf dann sechs Monate Nürnberg auf jeden Fall ärgern. Dann haben wir auch ein sehr, sehr interessantes Spiel, Hamburg gegen Magdeburg und das ist auf jeden Fall schon ein richtig gutes Spiel. Beide Mannschaften stehen sehr weit oben in der Tabelle. Ich denke, die Hamburger wollen sich auf jeden Fall jetzt gegen Magdeburg beweisen und wollen ja auch da oben reinstechen. Und ich weiß gar nicht, ob sie an denen vorbeiziehen können. Ich habe gerade gar nicht so die Punktzahl im Kopf, aber vielleicht können sie ja an denen vorbeiziehen. Dann ist es, glaube ich, auf jeden Fall nochmal so ein bisschen mehr Ansporn auf jeden Fall, da die Magdeburger zu schlagen. Und tatsächlich, wie gesagt, auch in den anderen Spielen immer viele Tore getippt. Und hier denke ich, werden auch viele Tore fallen. Und zwar habe ich mich hier für ein 4 zu 2 für Hamburg entschieden. Ich glaube, Hamburg aktuell richtig gut drauf, auch die Offensive richtig gut aus. Latze leider ausgefallen, aber ich glaube trotzdem, dass ja gerade ein Dom P, ein Königsdörfer, der wahrscheinlich dann so in die erste Mannschaft vielleicht reinrücken könnte, dass das die Spieler sind, die dann auf jeden Fall auch in der Lage sind, mehrere Tore zu schießen. Nein, Davy Selke hat es ja jetzt auch mittlerweile bewiesen, dass er in der zweiten Liga auf jeden Fall Tore schießen kann. Und ja, deswegen glaube ich, dass da gar nicht mal, also klar, du wirst mit Robert Glatzel natürlich nicht 1 zu 1 ersetzen können und wirst da einen guten Spieler verlieren. Aber ich glaube, dass du den auf jeden Fall durch andere Spieler auf andere Schultern verteilt ersetzen kannst, sozusagen. Deswegen glaube ich trotzdem, dass viele Tore fallen. Und Magdeburg, ich glaube, die darfst du auf jeden Fall nicht abschreiben. Die sind auch offensiv sehr, sehr gut, spielen auch einen sehr, sehr guten Ball. Aber tatsächlich glaube ich nicht, dass die aktuell die Hamburger schlagen können. Und dann kommen wir zum letzten Spiel. Hier können wir es kurz und knapp machen. Ich finde, Ulm ist so von den Aufsteigern vielleicht so das Team, was ich so aktuell am besten finde, beziehungsweise wie sie sich am besten schlagen in der zweiten Liga. Aber glaube dennoch, dass da ja auch so langsam die Qualität ein bisschen schwindet. Zu Hause sind sie, ich glaube, nicht so gut bisher in die Liga gestartet. Ich glaube, da haben sie ein bisschen Probleme. Haben ja auch viele Spiele immer so last minute verloren. Haben, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche das erste Mal zu Hause gewonnen. Aber dennoch glaube ich, dass Karlsruhe einfach aktuell zu gut ist. Und auch einfach in der Offensive zu gut ist. Und ja, dass die die Ulmer auf jeden Fall bezwingen werden. Ich wollte erst mit einem 2-1 gehen. Habe mich dann doch umentschieden und sage 3-1. Ich glaube, Karlsruhe, ja, Spektakelmannschaft der letzten Wochen, schießen viele Tore. Deswegen gehe ich einfach hier mit einem 3-1. Das ist auf jeden Fall meine Tipps hier für den neunten Spieltag. Alle neun Spiele einmal durchgetippt. Gucken wir mal, was passiert. Ich glaube, auf jeden Fall mehr Punkte wie am letzten Spieltag. Also mehr als sechs. Da sehe ich mich schon. Ich denke mal. Also ich würde rein von dem, was ich hier gerade so auf dem Zettel sehe, würde ich sagen, habe ich mindestens, ich sage mindestens vier Spiele habe ich also zumindest mal auf das richtige Ergebnis getippt. Also wenn Fortuna jetzt 3-0 gegen Regensburg gewinnt oder Hannover nur 2-1 gegen Schalke gewinnt. Genau das meine ich. Ich glaube, davon werde ich vier Stück auf jeden Fall mindestens haben an diesem Wochenende. Ja, und dann würde ich sagen, war es das auf jeden Fall hier von dem Video. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und ja, bis dahin, haut rein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.